Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SSV Ulm, 3. Liga, 2023-2024, 14 Spieltag. Preußen im Munster gegen SSV Ulm, Ergebnis 3 zu 2. Startelf, Preußen im Munster. Schink, Schindler, Kulis, Han, Patsoli, Terhorst, Gerewa, Lorenz, Barburama, Krokoviski, Prepademens. Startelf von SSV Ulm, Ulltrak, Gal, Richard, Kraproka, Alinger, Achint, Lovink, Reich, Schiesa, Schiesa, Jan. Das war's von Preußen im Munster gegen SSV Ulm. 17.49 Uhr, bewolkt 28 Grad in Freizeim. 18.49 Uhr, bewolkt 28 Grad in Freizeim. 18.49 Uhr, bewolkt 28 Grad in Freizeim. 18.49 Uhr, bewolkt 28 Grad in Freizeim. 19.49 Uhr, bewolkt 28 Grad in Freizeim.